We got it So Zurücksetzen So hier brauch ich ein bisschen lila Perlen So jetzt aber Bam Nein ich will das Ich will das selber lösen So Zack Das wird doch möglich sein Wieder lila Jawohl Ich einmal drehen So zack Mensch Hui Eine extra Runde Bitteschön Dankeschön Jetzt hätte ich das Problem Doch geht doch Nice Nur hier geht das nicht auf Fuck Nee Nein, 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 nein So Geht das Ist auch kacke Ich hoffe das bringt jetzt einfach mal was Jetzt hab ich den komplett, aber den ja nicht Fuck Ich hab keinen Bock Lösen, ja Lösen, ja Lösen, ja bitte, danke Boah, das ist ein scheiß Minispiel Es kommt noch eins, ne doch nicht Keine Bärenstatue, wow Kann man das jetzt hier vielleicht anwenden Ich denke mir die ganze Zeit, da müssen Bären, da müssen die Statuen drin Das kann ich auch nicht wegmachen Wo soll ich jetzt hin Nein, da war ich schon dran Boah, hier kann ich nichts machen Das, 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 das Keine weiteren Schätze, okay Kann ich auch nichts machen So, dann gehen wir mal zurück So, haben wir hier noch etwas gehabt Ach ja, aber auch das Vieh, stimmt ja Hier, Becher Ein Bären, na Hier, ein bisschen Kerzenwachs für dich Wird auch nicht, scheiße Äh Klopf, klopf, ob da eine Fee drin ist Brech mir einfach die Tiere auf Schade Ich kann mich fast nicht mehr Ja, ist das hier noch Weg mit dir Sind die ganz schön giftigen Dinger wieder, okay Die Leiche Was ist das noch mit der Leiche machen können scheinbar So Schau dich, was das für ein Killerschwan Witteschön, dass, äh Der die alle abboxt So, ich brauche noch ein Trüffelzeug, ne So, kann ich hier noch etwas machen? Nee Hier in den Bund kann ich auch nichts machen, so Dann helfen wir So, hier Jetzt Vielleicht der mir hier einen Bären hinsetzen hat Kombinieren kann ich die Scheiße auch nicht Das soll ich den machen Dann hört mal auf Das soll ich jetzt machen Ja, ja Ah Wie soll ich das denn jetzt wegkriegen, das Vieh, hä? Ich check's nicht Hä? Was soll ich denn machen? Ach so, oh So Gut, danke Spiel dafür So, ähm Ich kann auch hier auch hoch, stimmt So, hier, Schweinchen kriegst du Trüffel Dann verzieht sich das Schwein, dann kann ich auch hier lang Juhu Dann haben wir hier so tolles Dann nur ein Symbol Dann schauen wir uns mal hier um Ah, komm, hier haben wir ein paar Statuen können wir hier reinpflanzen Na gut, dann Schimmel Ist der fünfte Weipel, oder? Ne, leider nicht, schade Äh, was haben wir hier? Okay, einen Maiskolben, den haben wir schon mal Knoblauch Knoblauch hängt gerne ab Hm, da ist Knoblauch Äh, Schuhe Da ist ein Schuh Und der zweite Schuh Ist da Ein Gesicht Können wir das als Gesicht nehmen? Ja, aber jetzt haben wir das hier vielleicht als Gesicht oder das als Gesicht Jetzt werden wir hier als Gesicht nehmen können Da Ne, ist ein Wolf, okay Da ist ein Gesicht Einen Drachen A DRAGON Das ist ein Schwan Ein Pferdchen Da ist es doch, oder? Eine dicke Löffel Da ist der dicke Löffel Es ist Speere, Speere ist da Flirte, flirte doch mal auf meiner Flirte Äh, ne Was ist das denn da oben? Was war die Flirte? Okay Das ist ein Kessel Gut, nehmen wir den kleinen Kessel Alles geschafft Buhaha Und wir kriegen Noch ein Waldbewohner Kessel Hier Kriegen wir Holz Cool, ich habe irgendwas Adlauge freigeschalten Nice Da freue ich mich doch tierisch So, komm hier lang Da ist auch noch was Döckchen Hier Achso, muss man Warte, hier Otter Noch eine Figur What the fuck Achso, die musst du gerne reparieren Wahrscheinlich Die war hier so ein bisschen kaputt, ne So, zack Vielleicht mit dem Kerzenwachs Heizenwachs Ein besseren Klebstoff Dann nimm den Schimmel als Klebstoff Äh, natürlich gehts nicht Mal zeichnen jetzt hier Hä? Als Klebstoff nehmen So, ähm Was haben wir noch mit den Zweige eigentlich? So viele Fragen Welchen Keller können wir die Zweige vielleicht hier reinschmeißen? Hier Waldbrand Äh, da fehlt ein Teil Ja, was denn für ein Teil fehlt denn hier? Sag mir das doch mal bitte Hier Ich habe Hemden Ich kann dir alles geben, was ich habe Äh, so, da haben wir, das haben wir alles Was soll ich denn jetzt denn am Machen? Okay, es soll zurückgehen Ähm Haben die noch was? Ne, komm ich in die Hölle wieder So, hier Kann ich das mal waschen machen oder was? Soll ich denn mit wegstücken, wegblocken oder was? Was? Was soll ich denn machen, hä? Ich kann doch hier gar nichts machen Kann ich den Atter dagegen angreifen? Ach, was soll das? Ach, was soll das? Auf die, die müsste erstmal kommen, diese Scheiße Das Ekelzeug als Kleber zu nehmen Ah, so jetzt Schieben wir den richtigen Fußabdruck, ja, okay Was ist das denn für ein Fußabdruck? Das ist wahrscheinlich schon Schieb das da So Und der kommt da rein So und so Das war jetzt einfach Ein unterirdischer Durchgang, okay Hier haben wir eine Laterne Das ist ne Komplik Hey Warum darf ich denn hier keine Kerze reinschmeißen? Ist das denn wie bescheuert? Er hat ja keine Kerze Ja, ich hab doch ne Kerze dabei, hier Dann muss ich erstmal hier Äh, weitergehen kann ich auch nicht Toll Ich hab erst was gemacht, dieses Rätsel zu lösen Gar nichts Was soll der runter? Ja Und jetzt? Ja, toll Ist das denn? Ich kann die Kerze ja nicht da reinschmeißen Verstehe ich, was das Spiel gerade von mir will, das ist das Fisch Vor allem hier Glitzert das Ding zurück Hä? Und jetzt? Die Pizze sind schnell entflammbar Allerdings brennen sie schnell ab Ich brauch nen Zündstoll Hier ne Zweige Das ist schon sehr gut, aber Mach ich jetzt, ich hab's äh Schmeiß das Zeug in die Laterne Bett Bett Alles klar Natürlich Natürlich, jetzt schmelz ich mir ne Kerze Und tu dann doch rein Hab mir für nur voll funktionsfähige Kerze Dann zünd ich die ihm noch an Hallo? Ja, ne brennende Kerze, wuhu Dann tu mir da rein Das Spiel ist manchmal echt so Hint fort, ihr Fledermäuse Dann hab ich schon mal was versteckt und ein Zeichen, oder? Okay, jetzt hab ich noch mal hier durch Hey, unsere Jagdhütte, glaub ich, ist das Soll das sein, ne? So, was haben wir hier? Ein Wimmelwildspiel, wuhu! So, da haben wir eine komische Blüte Die hab ich schon gesehen Da haben wir eine komische Blüten Schmetterlinge einen Vorteil Kann ich leider nicht wegschubsen So, den haben wir noch Den hier noch Und den hier noch Oh, das war ein anderes Teil, okay Äh, da haben wir noch was Da haben wir noch was Da haben wir noch was Ne, Marienkäfer, ein fort So viele Käfer, was ist das denn? Ein goldenes Auge? Äh, was brauch ich denn jetzt noch? Ich brauch noch hier so ein Ding und das Ding, okay Äh, da ist das Grüne Leichter zu entdecken Die Pusteblumen natürlich Die ärgert mich Und wir kriegen daraus einen Türgriff Natürlich können wir daraus einen Türgriff Handschuhe, die kann man bestimmt noch gebrauchen Um Dorn wegzumachen oder so Wow So, kann man noch hier Gucken, es ist Hier fehlt aber noch was Oh Wollte ich zwar gar nicht aufnehmen, aber Danke So, äh Wie noch irgendwie was? Leute, dann gucken wir uns mal das Haus an Oh nein Oh nein, der Türgriff ist kaputt Oh, oh Was machen wir denn nur Ach Ja, zum Beispiel haben wir gerade im Gras einen neuen Türgriff gefunden Der voll funktionswichtig ist Weil der ja nicht begrastet Verwittert Ich glaube eher das ist der dunkle Schwan vielleicht Der hat den Arm verloren oder so Dann hier, hier soll er eine Feder einfügen Okay, was haben wir da? Ein nasser Verband Was haben wir hier? Irgendwann lass den Verband mal da drauf Dann wird der trocken Okay, das geht leider nicht Was haben wir hier? Pfanne Okay, cool Nehmen wir einfach irgendwelchen Scheiß mit Ein Schwamm Okay Ja gut, dann quatschen wir mal Äh, der muss untersuchen Genau untersuchen Dann schneid mal auf Ich bevorzuge besseres Apparationswerkzeug Was zumindest sollte ist Schere Zum Glück ist da ein Schleifstein, ne? Bei allem so Schere Weil ich Schleif meine Schere an Alles klar, gut So So, dann stellen wir hier auf Weg mit dir Oh, sieht der ganz böse aus Hier, nimm jetzt mal den Verband Kann ich nicht tun, der Verband muss sauber sein Der Verband soll sauber sein Was soll ich machen? Soll ich eher denn Hier, hau die Pfanne da drauf Hau den Verband da drauf Gibt's natürlich Der Verband fängt ja auch nicht Feuer oder so, ne? Kann ich den Schwamm vielleicht noch anfackeln oder so? Die Händen Ist ja doch nicht schade, so Verband rum Der Verband sollte Was soll ich denn machen? Nimm mal den Hunter weg, Alter Soll ich den Verband den jetzt sauber kriegen, bitteschön? Könnte einer sagen Ehhhhhh